Musik Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play wie the Beast Wie ein Monster So viele Schmeiß ich vor Lauter Schrecken Stein weg War falsche Taste Ja Ich muss wieder nach oben Stimmt's Ja Dann will ich mich mal irgendwie jetzt hier so Im Leiter Style hochbauen Im Treppen Style natürlich Aber ich glaube hier hinter ist Irgendwo eine Höhle Ich hoffe mal dass ich jetzt hier Unbeschadet Irgendwie hochkomme Und ja Heute ich hoffe Nein kein Wasser Geh weg Geh weg 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 So Ähm Nein Hat das Aber nicht die Leitern weggespült Ne Ne Gut Ähm Was wollte ich jetzt sagen Heute startet ein anderes Projekt Äh Ich komm hier gar nicht hoch Mal kurz gucken Äh Das kann noch weg Wenn wir mal eben machen Boah ist ja richtig was los Gehen wir mal hier rüber Und machen dann hier weiter So Ja ich bin schon fast oben Und jetzt wird's langsam ein Problem Ähm Da müsste ich Ich müsste das wegkauen hier Mist Ich komm da nicht hoch Aber wisst ihr was Ich baue mich mal eben hoch Bis ich die Anderen Leitern Geholt habe So Ah Oh Oh man Ähm Oh oh Heilige Scheiße Der ist hier irgendwo Wollen wir nicht wundern Wenn der sich hier gleich hoch sprengt Mann Okay Äh So Ähm Jetzt häng ich im 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 Dings fest hier Boah Ich mach da jetzt ein Dings hin Ja Das war clever So Ich glaub jetzt bin ich Jetzt bin ich sicher So Und jetzt möchte ich hier hoch Lass mich doch da hoch Mensch Boah Ich krieg hier gleich die Krise Ich will doch nur hier hoch An die Leiter Ähm Ja ich hab's Ich hab's Ich hab's Hoch da Hoch da Hoch da Und dann machen wir jetzt mal ein paar neue Leitern Und Mining Turtle hab ich noch dabei Ähm Zum anderen Erstmal gucken was hier überhaupt los ist Ah ja Okay Ähm Zum anderen möchte ich sagen Heute startet ein neues Feed the Beast Projekt Ähm Und zwar ein Mega Projekt Wo ich eingeladen wurde Das ist so wie Bei den großen Minecraft Let's Playern So wie Dena Und Gomma HD Und Wessener Noch alle Concrafters Spark Of Phoenix Und Ach Noch ein paar mehr Ähm Ja und Ich bin in der etwas Kleineren Version Aber Ja Ich bin Sowas von happy Dass ich eingeladen wurde Und ich hab jetzt auch in den letzten Tagen so viele Feed the Beast Videos geguckt So langsam hängt's mir zum Hals raus Ähm Aber Ja Ähm Ich wollte Leitern machen Ich glaub uns geht das Holz aus Kann das sein? Ich müsste mal oben gucken was da oben los ist Und hier war irgendwo das Holz Da Okay Ne Ähm Uns geht nicht das Holz aus So Und ich wollte heute echt was schaffen Und zwar unter anderem Ähm Hab ich mich gerade verbaut Erstmal hier sowas Und dann gleich Ein paar Sticks Ups Verdrückt Verklickt man ich So Erstmal Erstmal das andere Verbran Ach man Warte mal eben So Jetzt haben wir das verbraten Und dann machen wir hier noch ein paar Sticks Dann machen wir da erstmal ein paar Leitern noch Ich weiß gar nicht Ich hätte das zählen sollen Wie viele Leitern ich noch brauche Ich bin mir nicht sicher Ob die reichen Und dann möchte ich ein wenig mit Magie anfangen Ich hab jetzt so ein bisschen Zwölf Leitern Ich weiß es nicht Ah Um Gottes Willen Nein Mach mal hier die Hälfte von So Machen wir hier nochmal ein paar Leitern Ja ich hab mir jetzt ein paar Tutorials So ein kleines Tutorial angeguckt Und So die Anfangssachen kriege ich glaube ich hin Und Ist vielleicht ein kleiner Vorteil Dass ich schon ein bisschen Vize Beast gespielt habe In dem Megaprojekt Ich freu mich riesig Dass da Dass ich genommen wurde Und wie ihr seht Hier baue ich mir jetzt einen schönen Tisch Ja Da brauche ich zwei von So Eigentlich brauche ich drei Kann ich gleich drei machen Dann mache ich da gleich eben mal Noch ein paar Halbstufen So Die anderen brauchen wir vielleicht nochmal Ich weiß es gar nicht So Drei Tische hiervon Dann brauche ich ein Goldnugget Ähm Und Ähm Ja Ich hab noch gar kein Gold Das hab ich glaube ich letzte Folge schon festgestellt Also kann ich das erstmal vergessen Lassen wir es erstmal hier Weil ich dann nämlich keinen Zauberstab Ähm Machen kann So Dann lassen wir das mal hier Soll ich eine Kiste für die Mining Turtle mal mitnehmen Machen wir uns mal ein paar Kisten Ähm Wieso hab ich das Holz da reingetan? Bist du Palle? Bist du Panne oder was? Ähm Sooo Ich glaub da brauchen wir noch ein bisschen mehr für diese Doppelkisten Machen wir mal gucken So Und dann noch eine zweite Ja So wollte ich es haben Ähm Was zu futtern wäre nicht schlecht Wo haben wir denn hier was zu essen? Oh Gott Hier haben wir schon mal Kohle Da können ja ein Stick Eine Eine Kohle rein Haben wir nichts Vernünftiges zu essen? Warte mal hier Warte mal Nee Das war im englischen Let's Play Ähm Sorry dass ich jetzt durch die ganzen Kisten switch Aber haben wir nur Weizen? Wir haben unten bestimmt was Ich nehme mal das Weizen mit Komisch Ganz komisch Da ist auch nichts Nee Dann werde ich mal kurz hier gucken Ah Okay das ist rohes Fleisch Hier haben wir noch Weizen Und Gebackene Kartoffeln Genau das wollte ich Ähm Hier haben wir noch Hähnchen Hier haben wir noch Kartoffeln Die müssen wir alle braten So Braten wir jetzt erstmal Ähm Ja Verklick dich So Und ich muss mehr Energie In meine Let's Plays bringen Das war ich Äh Habe ich jetzt Letzten Folgen mal Äh Festgestellt Ähm Und ich werde es auch versuchen So Dann haue ich mir jetzt erst mal Die Kartoffeln rein Ich habe irgendwas da rumlaufen sehen Und Au Ich habe gar keinen Hunger Ha Ha Oh Gott Fail So Welche Lebendig runterkommen Ähm Boah ist da was los Ist das hier Wasser? Ja ist Wasser Hallo Hallo Leute Ich muss hier noch was vormachen Kommt nämlich gleich irgendein Gespenst Der mich verhauen will So Äh Leitern Und eine Fackel wäre vielleicht auch nicht schlecht Irgendwie hier so Boah hier muss wieder alles zugemacht werden Ey es geht ja gar nicht Wer hat denn hier so ein Loch reingerissen? So Das Kupfer nehme ich natürlich mit Ist das machbar? Ja Gut So Dann kommt hier wieder So hin Ähm Warte mal Komm schon Du kannst es Oh 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 Ich werde ehlendig abstürzen Ich werde ehlendig abstürzen Oh Nein Ich will nicht sterben Nein Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ja Ja Okay Da fehlen noch Blöcke da unten Oh Mann Nein Oh 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 Mann Ähm 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 Da Probieren wir es mal hier mit Und dann kommt hier noch So Und dann Leitern Äh Leitern So Ich glaube wir haben es Dann können wir hier elegant runtergleiten Bis Level 13 Uh Das sieht interessant aus Ähm Ich müsste vielleicht mal die Map-Schrift ein bisschen größer machen Das ist glaube ich 12 oder 13 Ich weiß es nicht Ist aber auch egal Ähm Warte mal So Hier Lass mich mal hier rein Ah 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 Die Zeit ist rum Nein 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 Du gehst hier rein So Lass ich Lass ich den Mining Turtle mal hier los Hier Ähm So Wo ist sie? Hier Da ist sie Da ist die kleine Swaggy So Und Cola Ah nein Ich habe keine Lava-Eimer mit Mann Ist aber auch egal So Okay Swaggy Du wirst das schon schaffen Wird jetzt mal eben Die einer so machen Und dann programmieren wir die kleine Swaggy mal Und zwar Tunnel Ähm Keine Ahnung 50 Damit du was zu tun hast So Ich komme dann in Na da hast du ja schon was gefunden Ähm Dann wollte ich mir die Schrift eben von der Steuerung Ein wenig größer machen Schrift Größe Oh die ganze Ich will aber nur die Schriftgröße haben Äh Scheint wohl Warte mal Ähm Nee Ähm Hier vielleicht Nö Okay Dann wird das wohl nichts So wie ich dachte Wie auch immer Ähm Dann Ja Wir können soweit jetzt eigentlich nichts Viel machen Gucken was meine Liste sagt Was ich so alle aufgeschrieben Was Was ich noch Könnte Machen könnte Ich könnte hier mal in die In Hier in die Höhle reingehen vielleicht Oder Ich mache mir ein Jetpack Ich weiß es nicht Ein Backpack Müsste auch diese Messerator mal machen Vielleicht kann ich den noch schaffen Ähm Ne So So ein Messerator Obwohl eigentlich die Folge echt zu Ende Mensch Ähm Messerator Dafür Braust du Dias Dias Aber das ist ja kein Problem Weil Ich ja weiß Ähm Dass man Dias Ähm Mit dem Minimstone Erstellen kann Und das wurde mir gesagt von Jetzt habe ich den da Nicht rausgesucht Aber ihr seht ihn hier im Bildschirm Geht doch mal auf seinen Kanal Und äh Schaut mal was der so für Videos macht Er hat mir ziemlich Den Tipp Er Sieht meine Let's Plays Und Hat mir den Tipp gegeben Wie man aus dem Mit dem Minimstone und Gold Ähm Diamanten machen kann Brauchen wir Diamanten? Ja Geht's im Ernst? Haben wir denn Diesen Minimstone überhaupt schon? Ich weiß es gar Gar nicht Was war das? Das war irgendwas vom TS glaube ich Keine Ahnung Äh Ähm Haben wir diesen Minimstone Gar nicht? Ach Okay Dann müssen wir den halt machen Ähm Okay 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 Wir brauchen Wir brauchen Wir brauchen Diesen gebrannten Stein Oh Mann Oh Mann Das ist ein Durcheinander hier Ah Das sieht besser aus Hm Also erstmal hier Das Erz muss nach oben Was soll denn hier noch Drinnen? Oh Mann Oh Mann Kohle Brauch ja Okay Dann walte ich das mal Inventar Und guck mal eben oben Ähm Ähm Buh 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 Das wir kein Kein Dings haben Wundert mich echt Okay Stein war hier unten Haben wir keinen Smooth Stein Smooth Smooth Stein Oder haben wir dafür Eine extra Kiste genommen Ich weiß es nicht Boah ich muss unbedingt Hier die Ah guck mal hier Unbedingt das Labeln Ähm So mal eben gucken Minimstone Dann machen wir noch Diamanten Dias Heute Ähm Okay Wir brauchen Eisen Oh nein Wir brauchen Gold Okay dann wird das heute nichts Dann würde ich sagen Danke fürs Zuschauen Schaut doch mal bei seinem Kanal vorbei Und vielen Dank Dass du mir geholfen hast Ähm Ich weiß nicht Ob ich es anwenden Wende Anwere Oh mein Gott An Wenden werde So Jetzt haben wir es Es ist Ja Früh Am Samstag Vier nach zehn Ähm Aber Ich dachte mir Ich müsste jetzt mal eine Folge aufnehmen Und ja Ähm Schaut doch mal Entweder heute oder morgen Oder Nächsten Tagen vorbei Wegen meinem Megaprojekt Es wird so awesome Ich glaube mal die erste Folge Weiß nicht Ob ich die alleine aufnehmen werde Oder mit jemand anderem Aber Da sind ja noch viele andere coole Leute bei Und Es wird richtig Spaß machen Ich glaube schon Und Dann würde ich sagen Wir sehen uns bis zum Nächsten Mal Irgendwo war hier eine Spinne Und ich hoffe mal Dass ich Gold Ich brauche Gold Ich brauche Gold Für alles Okay Dann Spinni Spinni Ah Ha 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 Spinne Ich habe dich gesehen So Das war es Ent Schärft Okay Dann Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss